Herzlich willkommen, mein Name ist Johannes Mosilat, ich bin Fotograf und Experte für Social-Media-Strategien. Ich habe die Marke medizinliebe.de ins Leben gerufen, damit ich Fotografie, mutige Konzepte, tolles Design, gestochen scharfes Storytelling und ehrliche Social-Media-Strategien unter einem Dach vereinen kann. Seit vielen Jahren fotografiere ich für Zahnärzte, bin verantwortlich für die visuelle Praxiskommunikation. Ich habe gemerkt, dass mit meinen Bildern nicht genug erreicht wird, weil einfach meine Kunden zum Teil nicht wussten, was man mit schönen Reportagen so alles machen kann. Nur die Bilder auf eine Website zu packen, ist eine Basis, aber es reicht heutzutage einfach nicht aus. Dann habe ich vor ein paar Jahren meine erste Social-Media-Managerin eingestellt, damit meine Idee, mehr mit Bildern machen zu können, bestehen bleibt und weiter ausgebaut werden kann. Heute betreuen wir Kunden im Aufbau ihrer Social-Media-Kanälen. Dabei bauen wir einen Redaktionsplan auf, wir legen Themen fest, wir schreiben Texte für den Post, wir recherchieren Hashtags, fotografieren und stimmen alle Themen direkt mit unseren Kunden ab und dann posten wir die Beiträge auf Instagram und auf Facebook und das auch zeitlich versetzt zueinander und zur richtigen Zeit. Wir tun also alles dafür, dass unsere Kunden möglichst wenig selber machen müssen. Dazu kommt, dass wir uns für das Thema Recruiting einsetzen. Hier schreiben wir ehrliche Kurztexte über die Praxis und mit einer richtigen Recruiting-Landing-Page sorgen wir dafür, dass die Praxis neues Personal findet. Hier schalten wir Anzeigen in Facebook und Instagram und mit einer vorher festgelegten Zielgruppe spielen wir dann diese authentischen Geschichten über die Praxis aus. So wird dann ein gutes Gefühl transportiert und mit einem einfachen Bewerbungsformular der Kontakt zur Praxis ganz easy aufgebaut. Aktuell arbeiten wir gerade an einem Online-Kurs rund um das Thema Do-It-Yourself Instagram von 0 auf 100. Geben Input, wie fotografiere ich selber, wie filme ich selber, welche Technik benötige ich dafür und vor allem, wie schaffe ich es, aus meinen Inhalten einen einheitlichen Look zu kreieren, damit der Instagram-Feed und das Facebook-Profil modern und fresh aussieht. Dieser Kurs ist für Praxen gedacht und diejenigen, die das ganze Thema rund um Social Media selber machen wollen. Do-It-Yourself. Du kannst dich hier im Newsletter auf medizinliebe.de eintragen und erfährst in Kürze mehr über den Online-Kurs. Bis bald, euer Johannes.